Hallo, ich bin Blera Latifei. Ich arbeite als kaufmännische Angestellte im zweiten Lehrjahr bei der Bereuter Holding AG. Zu meinen alltäglichen Tätigkeiten gehören das Buchen von Rechnungen, das Ablecken von Rechnungen, Rechnungen stempeln, kontieren, Mails beantworte oder Telefon abnehme. KV habe ich gewählt wegen der guten Grundbildung und der super Weiterbildungsmöglichkeiten. Zu Bereuter bin ich, weil ich vor allem das Team sehr cool finde und ich auch beim Schnupperer schon gemerkt habe, dass ich mich mit allen sehr gut verstehe. Wichtig für den Job ist, dass man teamfähig ist, dass man gut auf die Kunden zugehen kann, dass man Interesse am Bau hat und durchschnittlich bis gute Noten hat. So, jetzt habt ihr meinen Arbeitsalltag als KV bei der Bereuter Holding AG gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch gerne hier bei uns. Musik 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 '